Und bei uns gibt es immer das geflügelte Wort, gib dem richtigen Piloten dein Modell und du weißt, was das alles könnte. Das gefällt an den Piloten immer ganz gut, aber das funktioniert ja. Ja, von den Thermikleistungen können wir jetzt heute ein bisschen wenig vorführen, weil thermisch ist es momentan noch ziemlich zäh. Ja, wobei, wenn man nach links guckt, so ganz langsam spitzt die Sonne da am Hang schon ein bisschen. Ein schöner Allround-Segler mit knapp drei Meter Spannweide. Ja, interessant ist im Prinzip auch zu erwähnen, dass der Segler ein sogenanntes Multilock-System hat. Das heißt, hier wird lediglich über ein Plastik-System oder wie sagt man dazu, eine Kunststoffverriegelung, die man ohne Werkzeug kann, die die Fläche im Prinzip zusammenstecken. Das Thema, wenn man mit Wölbklappen und Querroton fliegt, dass man auch das Thema Profilverwölbung, das wir sehr schön bei der Klasse F5B heute in der Vorführung gesehen haben, dass man eben schnell fliegen kann, eben das Profil entsprechend wölbt, sodass der Fly-Funktion wird deutlich kürzer bei Fuß gelandet. So, und jetzt